Da wird wenigstens nicht reingesheetet. Oh, es gibt ja jetzt auch ein Weihnachtsevent, ne? Echt? Oh Gott. Aber die neuen Geister sind horrible. Soll ich eine Lobby erstellen? Ja. Redet ihr mit dem Open Mic? Ja. Ja, wir muten und ziehen und reden Ingame. Genau. Mit dem Grusel-Effekt. Und Mila sagt dann immer, wo das Kassel ist für das ESP, wo der Geist gerade ist. Der Geist ist Schlafzimmer. Wer ist es? Wer ist es? Na, das Master Backroom. Ja, du schön, Loco. Ich besuche jedes mit Sticker markierte Haus auf dem Fortgeschrittenen Schwierigkeitskopf. Ich brauche kaum. Warum? Lena kann doch. Weil ich dir lädt halt irgendwie noch. Okay, dann, ich mach. Ah, jetzt, ja. Ah, okay. Ne, mach du. Hi, Hugs! Oma! Ist mir eh lieber, dass ich nicht Eis rumdrückern muss. Lobby erstellen. Lobby, lobe, 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 lobe. Okay. So, wo steht denn hier jetzt immer der Code? Das weiß ich gar nicht. Tschüss Oma, schlaf gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich schalte sofort um, Chef. Hä, wo steht denn hier jetzt immer der Lobby-Code? Äh, der ist bei... Mehrspieler musst du erst mal draufgehen. Und dann steht da... Da musst du noch gucken, Cyber Lobby EU, ob das bei dir noch so steht. Ja. Und dann Lobby erstellen. Und dann maximale Anzeiten. Kann ich euch so ein... Nee. Soll ich's schnell machen? Ja, sonst mach du eben. Ich bin voll raus. Ja. A game was specified. Hä? Hab ich schon... Wir haben schon wieder 10 Uhr. Wo geht die Zeit hin? Nix los heute. Macht denn der Pinsel. Ich mach kurz Meta. Ah, ah. Oh. Gott, der steht im Kreis. Der Code ist, äh, im Chat. Die Schneemänner schauen mich immer an. Wo stehen denn jetzt die Weihnachts... Diese... Oh, ich hab doch schon weggeklickt eben. Juhu. Juhu. Hallo. 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 Also irgendwas mit Keg... Also ich hab absolut kein Geld. Machen wir auf Profi oder machen wir auf... Ja, wenn wir Geld haben, auf höchste Stufe, oder? Na, Profi natürlich. Oder sollen wir... Sollen wir erst mal ein Dingens machen für den Anfang? Einmal anfangen, um reinzukommen, oder direkt hoch? Nee, komm direkt hoch. Nein! Nee! Nein! Was brauchen wir noch? Wo ist... Alles. Keine Ahnung, nix mehr? Zeige ich mir mal, was haben wir denn? Ähm... Feuerzeug, Sentiplos, Taschenhammer... Eine Storbetasche, oder? Oh, na, oh. Warum wir Kopfkameras machen? Warum ich kein Geld hab, weil wir immer verloren haben. Ich... Wir haben... Wir haben doch das letzte Mal gespielt, Johnny. Hier, fang Mila, Cheaterin. Wieso kann ich nicht auf Breit klicken? Weil du am Moonwalken bist. Äh, weil wir noch keinen Auftrag haben. Ja, bin so doof. Ja. Was wollt ihr? Wollen wir... Wir machen hier einen Weihnachtsbaum. Oh Gott, ihr seid laut. Sorry. Ihr müsst auch... Du, das ist aber laut. Die kann ich leise machen. Na hier. An der Tafel. Achso. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you. I'm ready. Mila... Boah, guck mal, die Saule 649. Alter, der ist 771. Ah, Mila 900. Cheaterin. Cheater, durch geht's. Cheater, hier. Seid ihr bereit? Bereit. Ich bin bereit. Das ist ja... Bitzkoppelnus, Alter. Boah, mechanische Tastatur. Weihnachtsmann, ich hab dir eine E-Mail geschrieben. Warum leckt das Spiel so? Das ist komisch. Ich nehm, ich geh mit dem Quatschen, Taschellenlampe. Oh Gott, das leckt doch. Bewegungssensor. Thermo Dings und Camaroni. Soll ich zuerst mit dem Quatschen gehen? Ich nehm ein Foto mit. Hallo? Wen haben wir denn? Joseph Marsh. Grüße. Wir haben Joseph Marsh. Lass mich zuerst, ich quatsch mit dem. Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Was willst du? Bist du hier? Was willst du? Wie alt bist du? Wo bist du? Schwung. Okay, der hat geredet. Hier im Kinderzimmer hinten. Bist du hier? Ja. Ich hasse dich. Komm und jag uns, du Pisser. Der ist hier im Flur. Warte, hier haben wir... Also jetzt weiß ich ja, warum ihr kein Geld habt, wenn ihr den so hart wegbeleidigt. Pass etwas an. Pass etwas an. Pass sofort was an. Gib uns ein Zeichen. Pass etwas an. Gib uns ein Zeichen. Wie heißt der? Ich glaube, wenn, dann ist er hier so in diesem Vor, den hier sind... Joseph Marsh, gib uns ein Zeichen. Wir sind 1,8 Grad. Joseph Marsh, gib uns ein Zeichen. Nein, gib mir ein Zeichen. Das ist ja absolut hässlich, das Schwier. Warum leck das denn so? Einen Ort sehe ich bisher noch nicht. Dann stell doch mal das ein bisschen runter. Also wir haben keinen Ort bisher. Ach so, unten in Kelle. Da komm. Joseph Marsh. Hier, wir haben Stative. Gib uns ein Zeichen. Oh Gott, ist das hässlich, das Spiel. Oh, der hat hier was berührt. Der ist durch das Stings gerannt. Wir haben die MS-2 nur. Oh mein Gott. Ja. War das mit dem Anzünden auf R oder F? Nee, G. Das habe ich hier eingestellt. Oh mein Gott. MF-3. Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Okay, der ist am Jagen. Das ist hübsch. Hallo? Ja. Was haben wir für Beweise bisher? Aus der Geisterbox? Ich habe Fingerabdrücke hier gehabt. Oh. Der hat geklopft gegen das Fenster, oder? Okay, ich habe Fingerabdrücke fotografiert. Der ist hier im Zimmer. Der war es ungeschüttet. Ja, hier drin. Hier, der hat den Schuh geworfen. Der hat vom Shorty den Schuh geworfen. Hier. Schwöre, den hier. Drei. Drei. Ist der jetzt hier? Josef. Josef. Marsch. Du blöder Penner. Zeig dich. Gib uns ein Zeichen. Also im Flur ist es immer noch kälter. Okay. Kann jemand das Kreuz umlegen vielleicht? Wohin damit? Im Flur wieder. Gib uns ein Zeichen. Zeig dich. Joseph Marsch. Du Penner. Dummbeutel. Deine RP ist kacke, Junge. Hör auf zu treuen. Okay. Ich darf nicht treuen. Ich gehe in den Truck. Einatmen. Wir brauchen Räucherstäbchen noch. Ja, sind wir dabei. Oh, wir haben unten dieses Pentagon. Diesen, diesen Beschwürfung. Das Pentagon ist in Amerika. Du meinst das Pentagramm. Oh je, oh je, oh je. Was passiert? Nichts, ich habe Angst. Luis? Ja? Wo ist das Pentagon? Das ist unten im Keller. Ist das nicht ein Pentagramm? Ja, ist ein Pentagramm. Sollen wir das nicht anzünden? Ja, wenn du dann ein Foto vom Geist machen möchtest. Ja, klar. Okay. Aber warten auf die Mädels. Wir rechnen uns an. Wir rechnen uns an. Achso, ein Foto von dem Pentagramm. Krieg mal auch Punkte. Hab ich. Ich versuch das ja, aber der muss ja dafür kommen. Gott, ich bin mit dem Poltergeist. Was? So, geht's einfach anmachen? Ja, mach einfach an. Ich mach Foto hier. Okay. Du musst ihn fotografieren, ja? Okay. In nomine Patriot Spiritus Antti. Jesus ist mit euch. Los, Luis. Oh Gott, hey. Oh Gott, achtung. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott. Luis ist tot. Oh nein. Ich hab ein Foto vom Geist. Luis ist tot. Luis. 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 Da hinten. Ich hab ja welche in der Hand. Luis. High five. Oh ja, ja. Komm. Wenn ich sterbe. Ich bin ganz sicher, dass es ein Poltergeist ist. Oh mein Gott, ey. Hör auf damit. Ja, wir hatten wirklich kein Buche drin. Wo ist der denn gespawnt, Sommer? Unten. Wir haben den Kreis angezündet. Wir haben das Fenster gekloppt, oder? Ja. Ja. Er hat mir am Arsch gepackt. Also dafür, dass er auf Profi steht, macht er aber ganz schön hier rum. Schreib ins Buch. Joseph Marsch. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Oh Gott. Schreib ins Buch. Ich hab keine Angst. Gut, dass du keine Angst hast, König. Ich hab deine mit dabei. Ich hab ihn grad gesehen und was fand er genau hier vor. Vorne in der Ecke, Mila. Boah. Hast du ein Foto gemacht? Nee, ich hatte kein. Ich hab doch schon ein Foto vom Guide. Ach so, okay. Aber ich glaub, er ist fünf, also die rasten beide komplett aus. Der war aber nur in seiner Staubform. Wo war denn der? Warum stehst du eigentlich draußen? Komm mal hier rein. Ich hab Angst, König. Das ist die Aserun, die er hier vorne in der Ecke war, der, wo der Kinderschuh liegt, oder was das ist. Ach, hier. Ich, ich komm, nächsteres. Boah. Der ist, glaub ich, hier, Mila. Hey, wo ist das Buch? Okay. Boah, das nervt. Ich hab ein Foto aufgestellt. Ich zieh den Geister. Warte mal, haben wir Fingerabdrücke, ne? Und Geisterbox, oder? Ja, aber wir hatten die Fingerabdrücke nur ganz kurz. Ja, aber ich hab die fotografiert, da waren auf jeden Fall welche. Ja, ja. Okay. Hier haben wir. Schreib ins Buch. Scheiße. Nein, 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 nein. Nicht. Was denn? Wenn der interagiert, dann interagiert der auch mit dem Buch quasi. Weißt du? Ach so, bist du schon wieder am Sheeten. Nein. Lass dir dies Level 900. Es gibt eine riesen Explosion, wenn er jetzt was davon fallen anlangt. Joseph Marsch. Schreib ins Buch. Bitte schreib ins Buch. Gib uns ein Zeichen. Komm jetzt hier rein, du Angsthase. Joseph Marsch. Josef. Und ich treu gar nicht mehr. Schreib ins Buch. Du hast gerade voll reingeträumt. Hab ich nicht. Schreib ins Buch. Vielleicht hat der schon den Raum gewechselt, wo er weiß. Eins? Keine Ahnung. Da vorne liegt Luis. Rest in Peace, Luis. Guck mal, wie der Heiser. Haben wir eigentlich schon Knochen gefunden? Ich glaube, Miss America. Ja, hab ich fotografiert und aufgeholt. Subi. Gib uns ein Zeichen. Habt ihr die Schranktür zugemacht? Ja. Ja. Der ist komisch. Ja, warum macht der nix? Weiß ich nicht. Ich glaube, der hat wirklich den Raum gewechselt. Vielleicht mal Temperature gucken? Da hat er jetzt wieder das Ding aufgemacht. Zwei. Gib uns ein Zeichen. Da ist es. Immer noch zwei. Zwei. Wo ist eigentlich das kurze Fix? Das liegt da. Achso. Oh, der hat hier irgendwas geöffnet? Ja, hier. Den Schrank gerade. Ja, ja, der ist noch hier. So eine Drecksau bist du. Gib uns ein Zeichen. Schreib ins Buch. Jetzt rastet er aber aus. Aber EMF ist nur zwei. Es geht nie drüber. Kriegen wir auf Profi überhaupt so viele Dings? Hinweise? Ja, schon. Also da kriegst du drei. Ja, nur auf Albtraum. Auf Albtraum kriegst du zwei. Das macht gar keinen Sinn gerade. Das ist dumm für Profi. Hat der dazu gemacht, ja? Das ist auf jeden Fall ein Poltergeist. Komm, ob wir wieder ausrastet. Ja. Schreib ins Buch. Ich lege dem vielleicht noch ein zweites Ding. Ist das jetzt Louis oder ist das der Geist? Das ist Louis, Mann. Nee, das ist Louis. Stimmt. Oh mein Gott. Ja, ja. Oh mein Gott, Alter. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mela Kreuz ist angemampft. Oh Gott, Alter. Ich hab mir fast auf die Zunge gebissen. Mir ist super schwindelig. Er hat die Explosion gemacht? Also nicht Louis, sondern der Geist. Kann das jemand klippen? Oh Gott, hab ich mich erschrocken, Alter. Aber, aber der... Er schreibt. Er schreibt. Ja, Bild, Bild, Bild. Ich sag das doch. Ich glaub, der hat wirklich ein Rezept aufgeteilt. Wir müssen das, wir müssen das Dings. Wir müssen das, äh, fotografieren. Mela hat doch schon, oder? Er hat da ein Rezept... Oh mein Gott, du Hundesohn, Hundesohn, Alter. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Kann ich mein Licht haben auf das Buch? Ja. Ähm, I've been here... Ich kann nicht lesen. I've been looking for freedom. Okay, wer ist heute da? Er steht... Irgendwann mit it hurts. Er hat wehgetan. Ähm, die Aufgaben müssen wir aber noch machen. Eine Räucherstäbchen. Hast du fotografiert? Hat bei der Jahr, ne? Hat bei der Jahr auf den Döns gehauen, das hört es. Gott, hat der mich gefickt, Alter. Das war so schön. Nee, wir haben alles, wir haben alles. Stimmt, wir haben alles. Wir haben alles. Ach, ihr habt schon Tabletten gefressen, hab ich ganz vergessen. Wunderwärtschen. Nee, ich hab keine gefressen. Poltergeist auswählen, ne? Ach, du standst nur die ganze Zeit vor der Haustür. Das ist ja fast so schön. Ich hab zwei gefressen. Ja. Poltergeist auswählen. Luis, Poltergeist. Poltergeist. Hab nichts gemacht. Boah, ich wusste gar nicht, dass es so eine Explosion gibt. Ja, der Poltergeist ist jetzt richtig heftig. Ich hab leider keinen Clip gesehen. Äh, keinen. Ich hab's nicht gesehen, meine. Boah, da gibt's bestimmt einen Clip von irgendeinem Chat. Macht das. Oh Gott, ich hab mir fast auf Zunge gebissen. Boah. Das gibt Geld. Das gibt Geld. Jetzt gibt's Kohle. Hat schon jemand Eschandes neuen Job genommen? Äh, wir müssen nur wieder einen Clipmeister wählen, weil der Eschande ja weg ist. Ja. Eigentlich müssen wir den noch VIP wegnehmen. Ich verstehe jetzt auch nicht, was ist denn jetzt der Weihnachtsbaum? Was hätten wir denn da machen müssen? Vielleicht Kekse finden oder so? Ach, stimmt. Oh, daran hab ich gar nicht mehr gedacht. Stimmt, Kekse finden. Ich hab den, ich hab, ich hab das gemacht, ja. Ich hab das gemacht. Ja, warum guckst du mich so an, dass ich das wie ein Kranker geben hab? Man muss Kekse finden und da muss der die essen und da muss man ein Foto, glaub ich, von diesem Santa machen. Okay, können wir noch eine Profi-Runde und dann würde ich auf ganz dick machen. Auf ganz dick? Ja, auf Albtraum liegen. Mord bei Pinsel, Junge. Boah. Habt ihr den Trickshot gesehen, Chad? Ich bin bereit. Ich hab 666 Körbe. Das heißt, du hast hier drei Stunden mit dem Spiel verbracht, um 666 zu bekommen. Nee, ich hatte sogar mal 1000 irgendwas. Kann man die Geschenke nicht öffnen? Luis? Ja? Wieso, ich checke es nicht, wieso kann ich nichts hinzufügen, also... Das ist die Saate doch. Kaufen. Ja, weil du es erstmal kaufen musst und dann kannst du es hinzufügen. Boah, die Explosion war heftig. Geh, Mila, fang. Geh, hol da, grießt, oder? Die Explosion. Keine Ahnung. Ich spiele jetzt mal das hinzu, was bei mir geht. Warte mal, ich kaufe gar keine Ahnung. Es gibt gar keinen Spinnen mehr, wo man Snigglesnuggen kann. Snuglesnuggen? Oben auch nicht? Nee, oben auch nicht. Äh, es fehlen nur noch drei starke Taschenlampen. Ich bin stark, aber keine Taschenlampe. Hey! Der Schneemann bewegt seinen Kopf! Ja, der folgt dir. Der folgt mir! Wo? Warum? Danke, Sau! Die folgen alle beide. Bößer Schneemann, bößer Schneemann. Der andere folgt auch. Oh, so ein Dings habe ich auch, so ein Monitorarm. Aber die benutze ich nicht. Mach dir ready. Achso, ja. Redanat. Yeah, right. Ich gehe wieder mit dem Quatschen. 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 Quatschen nicht. Hier komm ich. Verstecken kannst du nicht. Kannst du nicht. Ich nehme den Tempel. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Was hat man dir angetan? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du im Kinderzimmer? Bist du tot? Ja, ne? Bist du Juni? Ist dein Name Unicorn Hunter? Oder Oma? Bist du hier? Wo bist du? Wir wollen dir helfen. Larry Roberts. Bist du hier? Larry. Rede mit mir, Larry. Oha, in der Küche. Wir haben EMSs. Bist du hier? Bist du hier, Larry? Behind you. Behind you, hat er gesagt. Wo sind die Plätze? Ich gehe das Skelett suchen. Ich komme. Ich muss jetzt nicht die Schränke aufmachen, oder? Nein. Die muss man doch immer aufmachen. Oh, den kenne ich. Das ist der Herbert Lange. Das ist von Money, der Faller. Oh, hier ist die Kartoffel. Was für eine Kartoffel? Na, die Kartoffel mit dem Lächelgesicht. Hier. Ich mache Fotos. Wo ist denn der Strom? Die lacht ja wirklich über die Harmen. Ja. Oh, ist die süß. Ich mag die. Strom ist weg. Geh kurz mit der weg. Luis. Hast du ein Feuer dabei? Nee. Komm, wir opfern die Kartoffel. Oh mein Gott, was war das? Hä? Wo? Das war die Kartoffel, die macht Geräusche. Ach. Oh, die findet das gut. Oh. Oh Gott. Die opfern nicht gleich, du blöde Kartoffel. Okay, so spielst du nicht mit der Kartoffel. Hallo, Chat. Warum winkt ihr? Ich hab mit der Kartoffel gespielt. Was soll ich mitnehmen? Mayo. Äh, ich hab jetzt Buch und Dots hab ich mit. Okay, dann nehme ich die Mayonnaise mit. Bräuto? Wat? Ich hab Hunger, was kann man gleich noch essen? Voodoo, put the heck's on you. Oh. Hier benutzt man die Mayo nochmal. So. Entschuldigung. Oh, der ist hier durchgelaufen. Der geht in die Garage. Geh weg von mir. Der läuft in die Garage. Ja, ja, ihr Sade, komm. Chat schon so traurig, dass der immer nach dir fragt. Mila, was soll ich mitbringen? Äh, weiß nicht. Was haben wir denn schon? Ich hab Mayo hingelegt. Eigentlich glaub ich, haben wir schon alles. Oder? Kann man die Kekse denn jetzt schon finden? Muss man da vor vielleicht irgendwas machen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab das eben nicht durchgelaufen. Ich auch nicht. Was ist denn das hier eigentlich? Ich, auch ich, ergoogle das gleich mal. Zeig mal. Oh. Ganz eindeutig. Ein Blue Yeti. Ein Blue Yeti. Kannst du jetzt aus, wenn wir ja das drin machen. Was war das? Mila, wofür ist dein Mikrofon? Ähm, damit hörst du, wo der Geist ist. Haben wir gefriert in Barzohren? Ja, im Kühlschrank. Ich hab jetzt gerade so ein Nebel vor mir gehabt. Ich hab gerade so ein Nebel vor mir gehabt. Ich hab doch gesagt. Im Kühlschrank. Oh, wir haben Gefriertemperaturen. Hab ich doch gesagt, man. Ja, haben wir auch. Wir haben die Zwillinge. Okay, ciao. Sicher? Und Gesundheit, ja. Oh, Hundebock. Nein, nein. Ich bin nämlich in die Arme gelaufen. Der ist in der Garage. Ich bin nämlich in die Arme gelaufen. Oh Gott, der hat mich richtig geberpert. Wir sind tot. Oh nein. Wo ist das Paradies? Oh nein. Abwasch machen. Ja, was ich gerade noch machen. Kalt. Gott, oh Gott, oh Gott. Er ist ein gutes Hammer. Ich bin tot. Hör jetzt auf damit, du Schwein. Lass dir helfen. Du Idiot. Sag mal. Leg sofort den Hammer zurück. Jimmy, wo willst du hin? Beruhig dich. Beruhig dich, Jimmy. Nein, beruhig dich. Jimmy. Es war ein Unfall, mein, mein Sohn. Oh Gott, oh Gott. Ja, du bist guter Nass. Wo sind die? Raus aus meinem Haus. Der Schweine. Schweinepriest hat fast gekriegt. Er ist zwei in meinem Keller an mir vorbeigerat. Ich habe das Herzrasen. Es war ein Unfall. Und alles lautet. Nimm das. Ich mache den Abwasch. Ja. Boah. Ich slice die Penner. Hallo? Hallo? Ich habe mir den Tod Agnes vorgestellt. Da hat einer Sanex gepoppt. Ich habe es genau gehört. Messer. Sleißen. Oh, das macht ja coole Geräusche jetzt. Puste die Kerze aus. Komm schnell, Jimmy. Jimmy, hol sie dir. Jimmy. Was hat der denn hier? City Code, möchte jemand geschehen als OP? So, Jimmy, hol sie dir. Ich liebe das GoXLR. Was kannst du nicht sein? Man kann so viel Quatsch machen damit. Wo sind denn die blöden Kekse? Ja. Gib doch jetzt mal die Kekse. Gönn doch mal. Gönn doch mal Kekse. Was für Kekse? Was besser als am Leben zu sein. Ist das jetzt eigentlich immer noch abgehakt, der Effekt, Chat? Oh, ihr lichtgörig. Ich habe das Neues-Gedenkig rausgemacht. Jimmy, hol sie dir die Schweine. Die durchsuchen deine Schubladen. Mila, ich glaube, hier steht im mittleren Schwierigkeitsgrad. Was? Aber nur im mittleren? Ja. Du bist in Du. Ja, hol sie dir, Jimmy. Hol in dir den Dreckschwein. Jimmy, du musst laufen. Jimmy. Jetzt machen wir jetzt mit einer Rutsch. Jimmy. Jimmy, du musst laufen. Hol sie dir. Jimmy. Rutsch, kannst rauskommen. Jimmy. Idiot. Kein Wunder, dass du gestorben bist. Ja, Jimmy, hol sie dir. Hä, wie funktionieren denn die Räucherstäbchen jetzt? Ja, Jimmy, komm her. Jimmy, komm her, guck sie an, die haben deinen Hund getötet, Jimmy. Deinen Hund, hol ihn dir. Das Dreckschwein. Jimmy. Dein Gott, bist du dumm. Jimmy. Guck, die haben deinen Hund getötet. Jimmy. Malikin, jetzt bleib hier, das ist ein Nackenklatscher. Jimmy. Dein Hund. Jimmy. Mann, Jimmy fick dich. Ich hab den Geist verhast, ja? Er hat einfach überlebt, der Schweinhund. Mann, Mann, Mann. Ist man schon tot? Und ist dumm. Hol ihn dir, Jimmy, hol ihn dir. Oh, das ist Jessman. Das ist Jessman. Jessman. Ich hab gar keine Schuhe gemacht. Du hast einen scheiß Schuh, das ist doch kein Feuerzeug, Mann. Das sind die neue Jimmy Jordans drei. Die wurden gestern erst gedroppt. Ah, rechts. So hab ich mir dann nicht gedacht, als ich mir vom Genie gewünscht hab, dass ich unsichtbar sein könnte. Also kannst du jetzt ausprobieren, wir haben es ja, wir haben es jetzt ja durch. Amazon Prime ist kostenlos. Wenn wir mal ein bisschen Feuer machen. Hallo? Oh, ich werde reanimiert. Ich werde reanimiert. Ich werde reanimiert. Ich werde reanimiert. Ich komme zurück ins Leben. Hallo? Warum bin ich gestorben? Ja. Ich hab voll den weirden Traum gehabt. Ich dachte, ich bin tot. Nee, nee. Aber ich lebe wieder. Ich spüre meine Beine nicht mehr, aber ich kann atmen und ich lebe. Oh, ich bin fast Level 1000. Lass uns spielen, bis ich Level 1000 bin. Ja, okay. Alles klar. Wie viele Leute kriegst du denn pro abgeschlossenes Dings? Weiß nicht, aber man muss halt immer nur 100 XP vollmachen und dann kriegst du Level ab. Können wir jetzt auf Dings machen? Auf Albtraum oder so? Nee, nee, nee. Auf Fortgeschritten. Für das Weihnachts-Event. Wir wollen unbedingt Weihnachts-Event-Sachen machen, bitte. Aber es ist fortgeschritten. Ja, wir wollen den Pokal haben. Ja, okay. Mein Gott. So, nur nicht gruselig. Ach, komm. Die scheißen sich schon wieder in die Hose. Ich hatte schon keinen Halloween-Pokal, weil du nicht gespielt hast. Du hältst dein Maul, du blödes Schlammblut. You shall not pass. Aua. Aua. Gerta, Didi. Gerta. You shall not pass. You shall not pass. Oder du kommst nicht vorbei. No. Ich bin ready. Okay, ich bin ready. Hallo. Na du? Kuklu. Du ist. Kuklu. Ja. Du ist. Kuklu. Was denn? Komm, wir ranne jetzt. Du zwang. Hui. Ich bin das Omen. Ich werde mit dem Geist reden. Okay, jetzt lass ernst machen. Ah, jetzt haben wir hier auch den Teller. Ja. Scheiße, das wollte ich nicht. Ich nehme Temperatur, Kamera und... Ich werde mit dem Geist reden. Ich bin das... Wie nennt man das nochmal Omen? Medium. 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 Wie heißt der Geist? Holly, do. Holly, do, bist du etwa hier? Holly. Wie, die rettet mich, wenn der Strom nicht an hat? Oh Gott, das klingt wie der Charakter von Paletti, Alter. Ich habe einen Cheese gefunden. Und schieben die in deine blöde Fratze. Bist du hier? Ich habe auch einen Keks gefunden. Bist du hier? Wir essen deine Kekse weg. Jay Corner, bist du hier? Jay Corner, wo bist du? Raus. Jay Corner, wo bist du? Wir haben die Tarotkarten. Jay Corner, bist du hier? Wie alt bist du? Alter Mann. Bist du hier in der Garage? Hast du hier Liegestützenpommes gemacht? Ich habe noch einen Kekse. Amenu. Amenu, doori. Bist du im Keller? Hallo, OG Custom. Achtung. Bist du hier? Wo bist du? Oben im Flur haben wir übrigens nur zwei Grad. Chad, ihr müsst Wink-Wink gemacht. Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Mein Sonnenlich. Bist du hier? Bist du hier oben? Was willst du? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du? Bist du auf Klo? Bist du hier hingefallen? Bist du ein Mörder? Oh mein Gott. Da hat einer richtig abgewurstet. Oh. Du weißt schon, was du gerade gemacht hast. Virtuelles Blackfacing, ne? Luis, hör auf damit. Ja. Hör auf damit, Luis. Mit deinem virtuellen Blackfacing. Hör mal, wenn das die Twitter-Bubble sieht. Das gibt Ärger. Bist du hier? Oder hier? Wo bist du? Der will nicht reden. Bist du hier? Hat schon wieder einer abgewurstet. Den kannst du fangen auf, wenn du alleine bist. Und du denkst, dass das Lied auf dem... Bist du hier? Geh mal raus hier, Luis. Lass mich doch hier. Bist du hier? Bist du in diesem Raum? Oder hier? Nö, der will nicht reden. Oh. Oh. Was war das denn? Ähm, du siehst aus wie eine Crank-Junkie-Frau. Ohne Witz. Das hat den Fins. Ist jemand tot? Nein, Luis. Aber der ist oben. Der ist oben, Mila. Hier im Dings drin. Was bist du? Bist du hier? Ja, Luis. Komm mal her. Der ist hier drin. Komm mal her. Komm her. Komm her. Ja. Und es gibt immer noch einen Keks, oder? Das ist nicht. Zähl mal nach. Ich hab gerade den Teufel gezogen. The Tower stand da. Okay, zieh nochmal. Ich glaub, guck mal mir. The Wheel of Fortune. Okay, zieh nochmal. The Hermit. Okay, okay. Zieh nochmal. Ich bin auf einer fehlt. The Devil. Ah, das ist ein Event. Okay, zieh nochmal. Nö, mal. Stimmt. The Wheel of Fortune. Okay, okay. Nochmal. Ich bin tot. Oh Gott. Oh Gott, komm. Oh, weg. Oh, Hilfe. Mach die Tasche, Laplace. Da. Deine ist noch an. Komm hier rein, Luis. Schnell. Nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich hab die Karten nicht weggeworfen. Mama? Schon wieder bin ich tot. Heute ein scheiß Tag. Milo. Bin ich wegen den Karten gestorben, wahrscheinlich, ne? Wenn ich jetzt den Keks wäre, dann wäre ich doch eigentlich hier im Keller. Ich entblüte mich jetzt im Discord. Loser. Hier im Keller. Hier spricht Gertes aus einer anderen Dimension. Ich bin tot. Loser. Mann, das ist doch kacke. Warum hab ich das gemacht? Ich wusste nicht, dass man sterben kann. Ich hab vorhin auch schon einen Keks gefunden, ja? Ja, ich hab zwei mehr. Back-Opening. Aber der letzte. Boah, das war der Arma-3-Sound für die Karre. Tut mir leid, aber heute Loser, Pewie. Das ist ne gute Frage. Echt? Man kann ja mit Leuten wiederbeleben? Oh, der ist am Jagen. Oben. Ich bin hier. Ich bin tot. Ich auch. Darf ich noch was mitnehmen? Geh rein! Oh, bitte, lass mich noch was mitnehmen. Warte mal, müssen wir die Kekse hier drauf tun? Ja, die. Ich hatte einen und ich bin tot. Automatisch drauf. Ach so, ach so. Ja, aber wir wollen unbedingt Sex. Wir wollen die, der mich dann hinstellen. Ja, da fehlt ja noch einen. Ja, wir suchen den ja die ganze Zeit. Findet ihr nicht? Ich guck jetzt weiter. Ach so, geht's gar nicht mehr darum, den Geist zu ident... Luis? Bist du tot? Doch, wir müssen... Ich hab das Rödelngerein jetzt hier. Warum, ey? Doch, wir müssen den Geist rausfinden und dem die Kekse zu fressen geben. Ach so, oh, 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 oh. Wo ist denn der? Der ist aus meinem Zimmer übrigens gekommen. Ja. Das hab ich doch gesagt. Hallo, Mama. Da bin ich. Oh Gott, da hat man gerade... Ich satze... Oh Gott, oh, oh, oh. Oh Gott, sieht die aus. Warum weinst du denn, mein Kind? Tschüss, Kingpin. Viel Spaß beim Zocken. Scheiß Curtis. Scheiß Loser-Pugel. Ja, wo ist denn der Keks? Kurze Frage, wir haben nicht einen Beweis, oder? Ich glaub nicht. Äh, es ist auf der falsche Raum. Mehr sag ich nicht. Okay. Hey, du darfst nicht spoilern. Miss Simica. Ja. Die Spawn, glaub ich, auch weiter hinten. Wir haben Dots, wir haben Dots, wir haben Dots, wir haben Dots. Im Flur sind Dots. Köln. Ich hab die Scheiße jetzt ausgeräuschert hier. Ganz einfach. Wie, du hast denn, Emila? Wir haben Dots, wir haben Dots. Dots? Ja. Ähm, dann lass mich mal... Also, Buch und Dots. Okay, dann wissen wir, was es ist. Warum? Ja, woher ist denn? Ähm, weil ein Diogen würde dich immer finden. Also, es ist ein Fade. Okay, dann brücheln wir aber noch Ops. Ja. Aber Ops hatten wir doch. Oh, ne, Dots hatten wir. Das ist richtig. Es sei denn, die haben den geändert, aber eigentlich... Aminu, dui. Das ist ja seine Stärke. Nur dann ist er langsamer. Sehen die Ohren, wir fachen das aus. Weiß nicht. Was haben wir denn jetzt, Ködlis? Wir haben Dots und Buch. Dots und Buch. Aminu. Danke. Okay, wir haben fast alles. Zeichnen. Wir brauchen auch immer noch einen Keks. Ja. Ja. Seid ihr müde? Ich will, dass wir das mit dem Keks kriegen. Ja, wo ist denn der letzte? Wir können den ja nicht suchen, oder? Ja, wir sehen die voll schlecht, wenn kein Licht an ist. Ich hab auch schon überall gesucht. Oh, der jagt schon wieder. Bleib oben, du Sau. Die kommt schon wieder aus dem Zimmer. Die suchen halt im falschen Zimmer. Das ist ein Problem. Scheinlich. Keks. Mein Gott, jetzt benimm dich, dummer Geist. Sieht ja überhaupt nix. Ich hab den Keks gefunden. Er liegt auf dem Teller. Ihr könnt es machen. Oh. Hä? Äh, ich bin auf dem Teller. Ja, geil. Wir können Kekse finden, die leuchten für uns sogar. Cool. Hä, das ist ja cheaten. Aber wo ist... War klar. War klar, dass wieder gescheatet wird. Ja, ich bin immer tot. Louis, du musst ein Foto machen. Das ist cheaten, was du tust. Nein, wenn ich tot bin und das geht. Ich hab' nicht gecheatet. Du darfst nicht mit den Reden. Denn du bist tot, mein Kind. Ach, Mann. Dem Weihnachtsmann tut man auch ne Tasse Milch. Und ein Fieberthermometer. Hä, seit wann ist... Ah, da gibt's die jetzt. Die Kekse. Die schmecken gut. Die kommt. Sie ist immer nur in dem Raum. Ob die jetzt die Kekse mamst. Geist, da können keine Kekse essen. Und du mutet. Komm, jetzt die Kekse essen, du blöde Kuh. Scheiße, du blöde Kuh, genau. Oh, die kommt. Friss. Blöde. Okay. Wer die vollgebacken hat... Hä? Jetzt friss, Mann. Oder die darfst nicht jagen. Boah, ist das zum Kotzen. Ach, komm. Scheiß Milch. Die Tierquillereis. Ich glaub, die müssen... Der Teller muss in den Raum. Das hab ich nicht. Ja, ich glaub auch. Die sollen jetzt... Pass mal auf. Doch, das ist der Raum. Nee. Eis, die dann geschüpfelte Weezerp. Am 28. noch. Okay. Okay, ich schnack mich mit. Ist die Kekse... Oh Gott. Das ist noch nie weg. Die Sauer wegen den Keksen. Ui. Ist die Kekse jetzt, Mann. Ist die Kekse da? Wir müssen ihnen Hinweise geben. Ja, wir legen eine Schlange. Ja, wir legen eine Schlange. Hier, Luis. Oh nein. Oh Gott. Mein Kind, weine nicht. Alles wird gut. Heiße Cinga-Nudel. Oh, wenn ich hier so trampeln, will ich nicht Ärger bekommen. Hey, die spielt bei mit mir. Ich hab' ne Spur gelegt. Nochmal. Okay, Geist. Ist die Kekse. Ist jetzt die Kekse. Ja, auch damit ist die Kekse. Kannst du auch ein Kekse essen mit mir in die Spielen. Jetzt isst doch die verdammten Kekse, Mann. Hier ist mein Kekse. Vielleicht, ich wollt grad sagen, vielleicht muss man nicht, oh. Muss das Licht dafür aus sein? Ja, die ist doch hier drin. Ich glaub nicht, nein. Ich find auch, dass die hier irgendeine... Ach, keine Ahnung, ob's verbuggt ist? Na, sehen wir gleich. Wie so eine Raubtierfütterung. Schnell reingeschmissen und weg. Selbst gemacht. Ja, glaub. Jetzt. Und tschüss. Du Dreck, Sau. Will keine Kekse essen. Die ist doch resistent. Die ist doch resistent. Vielleicht mag die keine Kekse. Vielleicht mag die Schuhe. Indem du den Teller an der Stelle platzierst. Ja, vielleicht mag die die mit Schuhgeschmack. Wie Al Bundy. Oder vielleicht hat die Durst. Das gibt's doch einfach. Super. Oder musst du halt genau an die Stelle, wo die spawnt, halt in der Ecke hinter dir. Das wäre doch bekloppt. Ich hätte das Licht jetzt angemacht. Es ist mir einfach ein Rätsel. Wollen wir... Okay, komm. Wir versuchen das mal. Nee, die spawnt ja da links. Jetzt wird Happer gemacht. Hier, oder? Links hinter dir jetzt. Hier? Jetzt wird Happer gemacht. Deshalb können wir die Kekse wahrscheinlich auch sehen, weil wir denen zeigen müssen. Ah, die spawnt ganz voranlasst jetzt. Okay, Louis ist tot. Louis ist tot. Oh Gott, der hat die ausgetrickst. Jetzt ist der tot. Ich bin fort mit dir. Nein. Aber jetzt ist die ja ganz voranlasst gespawnt. Ah, fuck. Das macht mich sauer. Ich will die Kekse weghaben. Hallo, Louis. Hast du Mila gerade gehört? Nee. Irgendwas mit Besuchsstress? Dann spielen wir jetzt. Louis? Ich höre dich ganz dumpf nur. Ich höre dich nicht dumpf. Was hast du nicht geholfen? Was? Oh Gott. Hörst du mich auch so schlimm? Nee. Den Louis nur. Vielleicht muss der mal die Socke aus dem Mund nehmen. Nee. Nee. Ja, nur so ein... Bip, 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 bip. Ach, Mann. Oh Gott. Hier hab ich da... Okay. Okay. Da ist es. So. So, Bitch. Jetzt spielen wir. Okay. Haha. Mila wieder ganz mutig. Gib mir die Kekse. Was ist denn da? Oh. Ist... Ist die Kekse. Ach so, jetzt denkt ihr, die muss die da hinstellen. Das ist genau selbes. Das hab ich gesehen. Und jetzt ist... Ist Kekse. Heute noch. Was ein Scheißkram. Komm schon, girl. Und wenn die die Kekse isst, dann kriegen wir einen Pokal, oder was? Guck doch, wie lecker die aussehen. Ja, aber wir haben ja den Geist noch nicht verraten. Fällt mir auf. Was denn? Yummy, yummy. Trotz, Buch und Ob. Yummy, yummy. Kekse. Mila glaubt, das ist... Lecker, schmecker. The Tire. Makofaz. The Tire. Are you wet? Ja. Hab ich lust auf Kekse? Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Jetzt du. Doch ist das Winter-Event mit den Keksen. Jetzt du. Komm schon. Wo ist das Krübelmonster? Wo ist das Krübelmonster? Ja, jetzt hat der Scheißgeist den Mund auf. Vielleicht sind sie ihm da genehm. Das ist kein Teddy, das ist ein Stoffhase. Und den brauche ich, weil ich Angst habe. Ja, hier würde ich auch gerne Kekse essen. Oh, der hat die gegessen! Der hat die gegessen! Der hat die gegessen! Kloch! Oh Gott! Oh Gott! Der Nikolaus kommt! Oh Gott, oh Gott! Milo! Hey! Beruhig dich doch! Oh nein! Oh nein! Der kriegt sie nicht! Nein, 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 der kriegt ihn nicht! Oh Gott, der, der... Oh Gott, ist das laut! Fick dich, Geist! Nein, warte, Schnüffel! Ja! Wir haben es geschafft! Geil! Ich habe es nicht geschafft, ein Foto zu machen! Muss man nicht! Okay, dann hau ich ab! Ja, aber welcher Geist ist es? Der hat die Kekse gegessen! Welcher Geist ist es? Ein Fade! Ein Fade! Wir haben ein Fade! Na gut! Wir haben die Aufgabe noch nicht erledigt, mit dem Parabol-Mikrofon. Wir haben die Aufgabe noch nicht erledigt, mit dem Parabol-Mikrofon-Mikrofon-Mikrofon-Mikrofon-Mikrofon-Mikrofon-Mikrofon-Mikrofon-Mikrofon-Mikrofon-Mikrofon-Mikrofon. Und wo gibt es jetzt den Pokal? Na, wenn wir alle Maps durchhaben. Aber wo? Na, in der Viprine. Oh Gott! Jeder Scheiß-Map die Kekse finden! Auf jeder! Ja! Auf alle, wo ein Weihnachtsbaum ist! Okay. Also, eins, zwei, drei, fünf, vier, fünf, sechs, sieben. Ist bei euch ein Weihnachtsbaum durchgestrichen irgendwo? Ja, hier bei Edgefield Road. Bei mir nicht. Ja, bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Oh nein, weil ihr gestorben seid! Oh, Schwarz! Oh, ist die Oberkaputten, ey! Okay, pass auf, dann wissen wir ja jetzt, was wir zu tun haben. Ja, ja. Dann machen wir jetzt hier Willow Street oder so, oder Crafton Farmhouse. Das stört Luis immer. Und man darf nicht sterben, Luis. Guck mich an! Hey, pass auf! Wir machen... Wo bist du denn? Wir machen Willow Street. Boah, Willow ist echt am schwersten, ne? Weil am wenigsten verstecken wir... Na, dann fangen wir links an, nochmal. Dann fangen wir links an. Dann machen wir Tanglewood Drive. Tanglewood, komm zum Reinkommen. Okay, und wir suchen sofort nach den Keksen, okay? Die Kekse werden gesucht. Es wird gebuttert. Den richtigen Geist ausfinden. Ja, ich wollte gerade sagen, ich würde sagen, zwei suchen Kekse und zwei suchen Geist. Ich suche Kekse. Ja. Ich suche auch Kekse. Ich suche Geist. Okay, ihr zwei Geist, wir Kekse. Nein, ich suche alleine Geist. Ihr könnt alle Kekse suchen, ist das egal? Ja. Ja, okay. Das sind weiße Worte. Ja. Ready. Ready or not. You can't hide. You can't hide. Ach, ich bin da doch gar nichts drin. Wir haben da doch gar nichts drin. Warum machen wir alles gestorben? Mann. Jetzt, du hast dir jetzt 20.000 erschütet. Ich will. Ey, für dich hat auch jeder Cheats, ne? Dabei bist du der Einzige, der cheatet. Ja, gib mir Held, du gib mir Held. Wo gehst du hin? Du Pickelarsch. Ich bin ja kurz vor der berühmten Zahl. Nein. So melde ich halt wie Mila. Nice. Und wie sieht es jetzt aus? Fremd-G69? Fremd-G69? Ein Schallsensor fehlt auch noch. Was ist denn ein Schallsensor? Hä, das geht ja gar nicht. Ja, warte. Pia. Da geht ja gar nicht. Und? Was geht nicht? Na hier, mit der Kugel, das Umstoßen. Geht nicht. Warte. Ja, okay. Alles frei, ne? Hä? Okay, ich stehe rauf, muss die Kugel kommen. Hä? Ja, ich bin schon allbereit. Äh. Ah, Meno. Also keine Rauchen. Ah, Meno, doch. Ah, Meno, doch. Okay. Wir suchen Kekse. Wir können aber schon mal was mit reinlegen. Das kann dir nur schöner nennen. Ich hab einen. Sehr gut. Easy. Oh, mein Auge. Im Bett darf man keine Kekse essen. Ich hab auch einen Kekse. Ich hab zwei Kekse. Dann haben wir drei. Nee, vier. Du hattest doch auch schon einen. Ja, einen hab ich, ja. Fünf haben wir. Ich schau mal eben, wie viele wir brauchen. Immer sechs, glaub ich. Ja, wir haben fünf und sechs. Hier liegt die Voodoo-Puppe und der Knochen in der Garage. Voodoo, put a hex on me. Ich hab den sechsten. Wo liegt die Voodoo-Puppe und so? In der Garage links auf dem großen Fass und dann links neben der Knochen. Da müssen wir jetzt den Geist finden und herausfinden. Was macht man nochmal mit der Voodoo-Puppe? Was macht man mit der Voodoo-Puppe? Nee, ja, nee. Wenn du eine Nadel reinsteckst, dann fängt er instant an. Wenn du die Herz-Nadel triffst, dann jagt er. Besser nicht. Besser nicht. Don't do it. Ich hab dreckiges Wasser fotografiert. Wo? In der Küche, in der Küche. Gut, gut. Der ist hier, äh, in der Verhade. Ja, in der Garage ist kalt. It's cold. It's corn. A big lamb with nuts. It has a juice. Okay, wo ist jetzt der Teller? Hier. Hier, vorne. Und eine Stange. Soll ich den mitnehmen, den Teller? Ich würde den Teller erst zuletzt machen, wenn wir wissen, was es ist. Ach, guck mal hier, nur ich sehe es, das Glas Milch. Das sieht aber schon schlecht aus. Meio, nimm ich mit. Wir haben einen Orb. Orb. Okay, der Orb. Wo ist der Orb? Bist du hier? Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Wie alt bist du? Kann es sein, dass du dumm bist oder so? Oh, Dotz, Dotz, Dotz. Wir hatten Dotz. Okay. Also Orb und Dotz, ne? Ja. Der ist hier durchgelaufen, hier. Ja, schon wieder. Oh, ich hab ihn grad wieder gesehen. Bist du hier? Warte dann vielleicht auf der anderen Seite. Wer reden will dann nicht? Warte, rede alleine, ist im Raum. Okay, dann gib mal raus hier kurz. Okay. Bist du hier? Was willst du von uns? Bist du alleine? Wie geht's dir? Hast du Amazon Prime? Okay, der redet nicht. Der Schweinepriester. Aber wir können die Kekse doch ins Dings tun. Wenn wir dich dahin tun, dann jagt er. Ja und? Ja, deswegen vielleicht... Dann mach ich Foto, tu ich Facebook. Ja, aber ihr sterbt ja dann alle. Verwende Kruzifix, um Geist an der Jagd zu hindern. Na, wenn wir ein Räucherstäbchen mitnehmen und alle die gleiche Richtung laufen. Ja, okay, dann lass uns den einmal jagen lassen. Und dann suchen wir den Rest. Weil ich glaub, dann sind auch alle am Leben und dann haben wir das vielleicht wenigstens. Obwohl, ich glaub, wir müssen alle lebend rauskommen. Es hat das Wasser dreckig gemacht. I. Steht noch da. I. I. Das hat ein Geräusch gemacht. Ja, aber eigentlich ist es doch jetzt... Verwende das Kruzifix, um Geist an der Jagd zu hindern. Das ist doch einfach nur, wenn er es anknabbert. Und Geist der Event ist, wenn er sich zeigt. Also wäre eigentlich alles möglich. Und das mit den Räuchern... Nichts ist unmöglich. Toyota. Also gehen wir jetzt rein mit den Keksen. Nein, nicht mit den Keksen. Nicht? Oder? Noch nicht. Nee. Du bist aber ein Hübscher. Gib uns ein Zeichen. Ich zünd schon mal, weil wir müssen das auch machen. Gib uns ein Zeichen. Zeig dich. Ellen Lancaster aus Game of Thrones. Oh, wir haben ja ein Buch. Geisterbuch. Ah. Oh. Das ist ein Thay wieder. Dann können wir den knabbern lassen. Ja. Ich mach Foto. Aber Geisterbox ging safe nicht, ne? Nein. Nicht, dass das jetzt ein Memeck ist. Okay. Knabbern? Knabbern. Wir haben gerade die 420-Dings erreicht. Den OBS. Ich glaube, es reicht, wenn nur einer drin ist. Oh, Geister-Event ist durch. Guck mal. Geil, hat sich gerade gehakt. Und wir brauchen kurz-Effix. Ja, dafür musst du ja ganz schön. Aber ich glaube, der jagt trotz kurz-Effix, wenn der die Kekse isst. Ja, aber wir können den ja da noch mal provozieren. Ja. Isst Kekse. Los, Geist. Hol dir die Kekse. Die sind gesund für dich. Du kannst übrigens auch ein Foto von Dotz machen. Die zählen jetzt auch. Wo sind die denn? Da war er. Na, immer wenn der da durchsiegt. Ja, das ist schwierig. Oh, das wird richtig dunkel gleich einmal, ne? Egal. Wo können wir denn? Wo haben wir denn Versteckmöglichkeiten? Okay, hier. Geist. Isst Keks. Oh. Oh. Sag mal. Was soll denn das? Der mag Harry Potter nicht. Offensichtlich. Los, hol dir die Kekse. Hol dir die Kekse. Happy Christmas! Hol dir diese Schmackfatzkekse. Probier, die sind köstlich. Probier es mal. Oh, fuck. Ja, was denn? Probierst du denn? Du musst gerade die Technik-Einstellungen am PC machen. Der hat sie verstellt. Isst Kekse. Und die Tastatur ist mit der Zuckerstange im Van verklebt. Ich muss das Ganze aber machen. Komm schon, isst Geist, isst du! Das heißt, wie lange dürft ihr spielen? Isst jetzt die scheiß Kekse, Mann! Isst sie jetzt, isst sie! Isst... Also, Mama hat gesagt, um elf muss der PC aus. Da war der Scheiße. Ich hab nur noch drei Fotos. Hör auf damit. Im Buch haben wir noch vier Fotos frei. Geist ist die Kekse. Was, wenn der erst ist, wenn wir alle hier drin sind? Oh Gott, oh Gott. Wir müssen Sanity verlieren. Ich glaub, der ist nur, wenn alle drin sind, oder? Der frisst die grad die ganze Zeit nicht. Ja, wir waren vorhin alle in dem... Ne, wir waren nicht alle in dem Raum. Oh Gott, was war das? Oh! Loser! Hallo? Ist jemand gestorben? Nein! Ist dann angefangen zu schneien! Es schneit! Es schneit! Es schneit! Es schneit! Und alle auch... Gut gemacht! Okay, Kruzifix haben wir aber noch nicht. Naja. Na dann. Ich mach das schon. Ich mach das. Nein, nein, du hast reingepackt, ich mach das. Wer hat reingepackt? Ich. Oh, da war der wieder. Wie reingepackt? Die ganzen Sachen. Ach so. Geht jetzt nur einer rein? Ich bin auch drin. Hier schimmert ein Licht draußen. Mila braucht den Kick. Fußabdruck? Ja, dass ihr seht, wenn man im Frühjahr in den Raum ist. Oder auf dem Auto. Böser! 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 Wir müssen gucken was... Ellen Lancaster! Ellen Lancaster! Ellen Lancaster! Ellen Lancaster! Du blöde Kuh! Ja, was regst du mir? Du blöde Kuh! Ja, so Reketorwisse. Hey! Sometimes, I wish I were an Angel sometimes. Am Foto! Sehr gut! Boah! Muskeln! Muskeln! Wir haben Geisterfoto! Geisterfoto! Aber er hat noch nicht gejagt! Hat nicht geklappt! Er hat nicht geklappt! Ellen Lancaster! Ellen Lancaster! Du stinkst aus dem Mund nach Magi! Wenn der hingekommen ist, ist mein ganzes Bild dunkel geworden und der Van... Voll geil! Wo ist der? Der stand hier direkt vorne, ja! Wo ist denn ein anderer Kurzi-Fix-Sache da drüben? Da vorne! Go Lancaster! Wir sind hier über ihr Handyvertrag zu reden! I wish I was an Angel sometimes! I think you are here! I catch you! I catch a grenade for ya! Throw my hands on the blade for ya! You know I'd do anything for ya! Oh, come on, beatbox! Ich ja! Aha, aha! Was denkt der Geist wohl über... Oh Gott! Oh mein Gott! Der ist ganz in der Ecke gespawnt! Oh Gott! Möchtest du ihn? Oh Gott! Oh Gott! Möchtest du ihn? Oh Gott! Oh Gott! Ähm! Puzi-Fix? Ist man tot? O-oh! O-oh! Ow! спис! Wo ist denn? Das ist eine gute Frage. Oh Gott, er ist durch mich durchgerannt. Hier, ich hab's hierhin getan, weil der irgendwo hier gespawnt ist. Ja, aber ich dachte, der Raum reicht. Nee, nee, wir müssen nicht in der Nähe stehen. Doch, doch. Das ist so ein Blödsinn. Oh, haben die das geändert, oder wie? Ja. Komm gerne rein. Pick dich ein, Lancaster. Fuck you, bitch. Ich hol mir jetzt neue Räucherstäbchen. Ich hol mir noch ein Räucherstäbchen. Fuck you, bitch. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Strom ist aus. Keiner hat Angst vor diesem blöden Geist. Und du das jetzt hierhin. Uiuiui. Ja, I will tell you what I want. What I really, really want. So tell me what you want. What you really, really want. I wanna, I wanna really, really, really want. Oh Gott. Der Haktor-Gunst, oder? Oh, der kommt. Ich hab' mal gesagt, ihr sollt mich nicht stören, wenn ich mein Zimmer am Saugen bin. Warum funktioniert das Kruzifix nicht? Warte, wo ist denn das Kruzifix, das hier denn? Na, da liegt hier einfach und Auto. Warum? Ich hab's nicht dahin getan. Das war ich. Louis war das. Warum, Louis? Du Schweine. Fuck you, Alan Lancaster. Fuck you, bitch. Fuck you. Ich muss paranormale Geräusche aufzeichnen, aber der macht keine. Ja, dann hör dich mal schmatzen. Ja, doch, jetzt ist das Thema. Ich glaub, wir kriegen das mit dem Kruzifix nicht hin. In einer anderen Ecke. Ja. Und zum Glück hatte ich die Reutifix zum Wundfix zu... Okay. Tot gewesen. Ah, ich bin tot gewesen. Ja, das verstehe ich auch nicht, John Schneemann. Warum jagt denn der eigentlich? Wir haben jetzt zwei Kruzifix liegen. Ja, weil die Rainschreiter... Vielleicht geht das nicht mehr, wenn man das einmal mit den Keksen gemacht hat. Ich hab die jetzt nochmal umgelegt. Ja, dann scheiß auf die letzte Aufgabe, oder? Einmal machen wir noch und ansonsten fahren wir, würde ich sagen. Weil der Raum ist halt echt riesig. Fick dich, Alan Lancaster. Fuck you, bitch. Du bist nicht Santa. Du bist ein Arschkrampf. Mitten in der Nacht. Warum liegen da Kruzifix auf dem Auto? Ja, weil... Um nochmal umzulegen. Ja, dann tu das doch da vorne hin. Hier. Ja, da hinten hab ich schon eins. Fuck you. Bitch. Bitch. Jetzt macht der... Ah, ich hab dich gesehen. Bitch. Man sagt nicht, bitch. Wo ist denn das andere Kruzifix jetzt schon wieder? Na, hinterm Auto, Curtis. Ich hab doch umgelegt, sag ich doch. Zick mich nur einmal an. Geht denn da ab? Hallo. Luis, wir sehen deinen Arm. Hallo. Wir sehen deinen Arm. 30 Euro Spiel bei Zoe. Ach, das kann doch nicht. Der jagt gar nicht. Ach, der ist blöd, der Geist. Gar kein Respekt vor dem. Der jagt doch überhaupt nicht. Ich glaub, wir haben die Aufgabe, oder? Lass abhauen. Ich glaube, das geht nicht mehr, wenn wir den schon mal kriegen. Doch, wir haben's, wir haben's, wir haben die Aufgabe geschafft. Ja, wir sind die Besten. Ist am Auto angeknabbert. Ich sag doch, einfach mal rumlegen. Ja. Wir sind die Besten. Habt ihr Teil? Ähm... Ja. 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 Habt ihr jetzt auch einen Haken? Ich hab, ähm... Ja, hab einen Haken. Nö. Ah, doch, hab ich wohl. Bei Tanglewood. Jetzt Edgefield Rock, okay, Road? Genau. Aber wollt ihr alle heute machen? Nee. Nee. Nee, ist doch gleich schon... Ist gleich schon 12 Uhr. Wir haben schon halb zwölf. Weißt du, was geil ist? Ich bin super müde und ich peng gleich wieder zwei Stunden und bin die ganze Nacht wach. Ich wollte heute nur Sex von den Tannenbäumen machen. Warte mal, du willst was mit den Tannenbäumen machen, Junge? Ich hab verstanden, ich will nur Sex mit den Tannenbäumen machen. Nein. Das ist krank, Louis. Bitte such mir mal das. Louis, du bist krank, Alter. Hält dich mal, itze bei Mila, wir können dir helfen. Was hat er nur mit Fichten, weil da sind die Nadeln so groß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein, ich kann dich gar nicht so gestört knabbern. Du bist krank, Louis. Ich hab auch was zu knabbern. Ich hab Kekse. Hallo, können wir weitermachen? Ich auch. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Haben wir alles drin? Hast du noch die ekligen Kekse? Du musst kaufen. Nee. Die hab ich alle... Die hab ich alle... ... vergessen. Ich hab kein Geld. Louis ist natürlich noch nicht ready. Na klar, da fehlt noch ein Scheiß-Sensor. Ja, der ist doch jetzt drin. Ach Mann. Ich such wieder Kekse. Also, wir machen die Kekse. Und du machst dann wieder den Geist, ja? Ja. Ja. Bist du hier? Hab ein Kekse. Bist du hier? Wo bist du? Hab zwei Kekse. Forty-Night-Tele-Burby-G. Bist du hier? Aber auch ein Keks. Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Louis hat auch ein Kekse. Wie viel haben wir? Bist du hier? Wie viele haben wir? Ich schau eben. Fünf, glaube ich, oder? Bist du im Keller? Wir haben fünf von sechs. Jetzt haben wir alle. Ich hab den letzten. Jetzt haben wir alle, ja. Bist du hier? So bist du. Ich glaub, ich hab den Geist noch nie gesehen, dass er im Keller ist. Stimmt. Guck mal, Louis ist da mit hier, ne? Ja. Mit dem Ding schneid ich immer meine Fußnägel. Das war ja so klar. Ja. Ich such mir damit meine Augenbrauen. Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ist das? Bist du in diesem Raum? Oh, der Streamer. Der hat irgendwo Wasser angemacht. Bist du hier? Bist du hier? Geht raus hier. Ich will mit ihm reden. Ja, hier ist frisch. Bist du hier? Bist du in diesem Badezimmer? Raus hier. Hab den Knochen. Hab den Knochen. Bist du hier? Wir haben Minustemperaturen. Ja, haben wir das schon. Und was haben wir noch? WMF? Hab jetzt nicht gesehen. Bist du hier? Was, hab ich mich erschrocken? Bastel, danke schön für den Prime 5. Chat, wenigstens ein paar Eulen. Ist es der Raum hier? Hier, hier hinten, ja. Okay. Auch wenn heute Resident Sleeper ist. I have a... I have a camp. Bist du hier? Also bitte, wenigstens ein paar Eulen. Ja, wenigstens ein paar Eulen. Die schlafen schon wieder alle ein. wenigstens ein paar Eulen hier. Also... So viel kann man ja wohl noch verlangen. Eben, sag ich doch. Meine Rede. Die können nämlich nur schlafen und mich ärgern. Ich nehm Mayo mit. So, was du willst. Aber ich hör' dich... Ich, ich, ich... Bewegungssensor. Bewegungssensor. Hab ich? Verhext. Äh, Chips Cola 350. Haltet ihr die Klappe. Ihr könnt nur ärgern. Über den Arm, Arm. Ich... Ich habe ein Hecker schlägt. komm raus aus deinem haus schreib ins buch er ist auf jeden fall in dem raum schreib ins buch der ist hier da fußabdrücke hier hab schon dann ist es kein buch und emr 5 und emr 5 wir haben den shade ich hole fotokamera ja gesto schwimmen die zeit wir müssen nur noch entkommen was muss ich jetzt noch fotografieren ok ja ist denn der korra baton ja genau nimm die kekse das haben wir hier oben gehört mila wollen wir uns im schrank verstecken ein bisschen rumklutschen ja 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 audi fahrer vielen dank warum das klang dumpf und du kriegst dumm genau ihr klingt um ihr seid nämlich dumm ja das ist auch voll cool ihr seid kacke ihr seid nur in den holt könnt ihr auch umknutschen oh memo guck mal oh der macht jetzt und dann sagst du noch mal oh memo hör mal ok mina du musst wieder dein ritual mit den keksen machen wo sind die kekse hat sie da oben gestellt aber nicht an lursten hintern warum man sie in den arsch kekse wo sind die kekse wie der zittert der teller weiß ich nicht wo ist das grümmelmonster zeig uns das grümmelmonster ich bin hier mama an die kekse kommt der doch gar nicht dran wo hast du die hingestellt wo m auch immer noch fragen wund ob der da rankommt da mach zu Ich glaube, es ist fertig. Ah, mein Glück doch. Das war Luis, der gelaufen ist und hier durch die Brühe. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott, warum macht mich das an? Oh mein Gott, warum macht mich das an? Oh mein Gott, was hab ich da gerade gesagt, Alter? Oh Gott! Oh Gott! Was hast du gerade gesagt? Oh Gott! Jetzt sollen die anderen wiederholen. Ne. Oh weise. Haben wir alle shaved? Oh Gott! Ich hab shaved. Oh Gott, war das schlimm gerade. Schade. Nicht das, was Curtis gesagt hat. Nicht das, was Curtis gesagt hat. Nicht das, was Curtis gesagt hat. Aber wir wollten raus und dann ist er gerade wieder da gewesen. Doch, wenn das was Curtis gesagt hat. Und der Luis fand das gut, was ich gesagt hab. Ja, erzähl. Okay, können wir abhauen? Ja. Curtis hat es angemacht. Wir wurden vom Geist gejagt. Dann hab ich gesagt, oh Gott, macht mich das an. Warum macht mich das geil, hat er gesagt. Boah, wir haben wieder richtig viel Kohle. Ja. Ja, kann man schon mal geil finden, ne? Wie soll ein alter Mann im Weihnachtskostüm hinterher jagt, ja? Oh ja. Hallo, ich hab ein Cabin-Aleins-Haus-Drama. So ein Dings. Ein Knick im Kopf. Ja. Ein Knick im Kopf. Okay, ich würd noch dieses Cord machen. Eigentlich geht das ja recht schnell. Warte mal. Billow Street geht auch schnell. Das hier. Nee, nee, das ist Willow Street-Haus. Geh doch schnell. Das ist auch zum Kleinen. Ach, mir egal, was wir machen. Ist doch scheißegal, Digga. Voll abgehoben bist du. Mach jetzt Willow. Ich bin Willow. Boah, dann halt Willow. Ich bin Willow. Ich bin Willow. Wait. I'm ready. Ready or not. Here. Who is? Wir kriegen echt einen Pokal? Ja. Weißt du? 50.000 Euro aus Game in Fortnite für Skins, aber sich keine SSD kaufen, Alter. Let's go. Was? Ja, hier. Deine Busenfreundin. Was mit? 50.000 Euro für Fortnite-Skins, aber keine SSD kaufen. Ich hab richtig krasse SSD. Hab ich gesehen. Wir haben eine halbe Stunde auf dich gewartet. Ach komm, jetzt stell dich nicht so an, Junge. Bist du hier? Ach komm, jetzt stell dich nicht so an, Junge. Bist du Arschloch? Ich hab ne SSD. Kacke, du. Bist du hier? Wo bist du? Was meinst du, Kingdall? Mein Spiel sieht voll kacke aus. Du bist an nem Keks vorbeigelaufen. Hab einen. Lügen, Curtis. Und schwor. Lügen, Louis. Lügen, Louis. Lügen, Lügen. Ich hab einen Keks gefunden. Die schmecken. Warum sieht mein Spiel so... Was? Dann haben wir drei jetzt. Ach so, das wurde alles geändert. Dann haben wir vier. Dann haben wir vier. Okay, wir haben fünf. Einer fehlt noch. Okay, wir haben alle. Sehr gut. Bist du hier? Bist du hier? Ach du Scheiße. Guckt euch mal das Hundefutter an. Ih, ist ja auf den Haufen. Wie weg. Bist du hier? Bist du hier? Wo bist du? Oh. Den Knochen hab ich schon aufgesammelt. Auf Foto? Hab ich auch. 2,3. Was ist denn du, Louis? Ganz hinten, 3. Hier? Hat gegen die Scheibe geklopft. EMS5. EMS5. Hier. Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier in diesem Raum? Oha. Ja, ist er, glaube ich. Mach deinen Vibrator aus. Bist du hier? Guck mal, der schmeißt dir mit alles auf den und her. Was willst du von uns? Gefriertemperaturen. Wir haben Gefriertemperaturen. Wir haben Gefriertemperaturen. Das ist ein Speedrun. Oh ja. Oh ja. Halt den Maul. Boah, hat der ein schlechtes Setup gehabt. Was ist denn das für ein Case hier? Dein Computer ist kacke. Bist du hier? Wie alt bist du? Ja, nicht. Warum sieht mein Spiel denn so kacke aus? Russisches Roulette. Wir machen Roulette. Wir machen Roulette. Hey, wartet. Was macht ihr? Ich hab den Tower. Ich hab den Tower hier. Wir machen Roulette. Nein, hört auf damit. Wir sterben. Okay, dann machen wir Roulette. Wenn wir den Geist haben. Ja, ist ja okay. Ist ja okay. Louis ist wieder halben Nackenkletscher. Wir bringen einen Geist jetzt so eine Kerze auszublasen. Ich hab das gesehen. Oh, ich hab das gesehen. Das ist ein Oni. Wir haben Oni. Oni, nee, nee. Oni-Chan. Naja, dann brauch ich ja gar nichts mehr mitbringen. Aufgaben. Werde Zeuge Geisterereignisses. Erreiche Durchschnitt mit 25%. Bring einen Geist. Kerze haben wir. Kerze aus. Okay. Zeuge von einem Geisterereignis. Geisterereignis und Sanity Wert im Durchschnitt unter 25. Ja, Geisterereignis durch die Karten, oder nicht? Oder durch Kekse. Ich hab die Kekse. Strom ist wieder an. Kann ich auch einen Keks haben? Nein, die sind für die Geister. Ach, fick dich. Was ist denn mit dem Fenster da hinten los? Ich hab die Kekse. Bitteschön. Du musst dein Ritual wieder machen, Mila. Mach hoch. Du bist scheuert. Kekse, Kekse. Jojo. Jojo. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Arbeit. Arbeit, Arbeit. Jojo. Mach mal an. Mach mal an. Mach mal an. Mach mal an. Oh Gott. Oh Gott, wie das aussieht. Wenn ihr das sehen könntet. Oh Gott. Los. Ist die Kekse. Lecker, lecker. Kekse. Wir sind mit Nunu. Oh. Er macht Mosezeichen. Ich liebe Nunu Kekse. Nom 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 nom. Lecker, lecker. Oh Gott. Ich seh nichts. Ich brauch keinen Bock. Kommt. Für Stäbchen. Für Stäbchen. Für Stäbchen? Booth. Oh Gott. Booth. Was haben wir? Scheiße, kein Geisterfoto. Louis? Louis ist so ein Versuch. Louis, damit hast du... Oh, okay. Ach, da hast du dich gerechnet, hä? Du hättest verloren, wärst du tot. Los geht's. The devil. Woher ist das? Oh, nee. Ich weiß nicht. Auf 25 Prozent. Ja, hört auf damit. Wir müssen auch... Hört auf. Genau, sag ihnen das. The moon. Okay. Komm raus, Köln, dass die Tür schlägt. Nein, nicht trash. Ja, ihr seid am Arsch. Also, wir haben den Haken. Komm zu uns. Der geht weg. Weil der dumme Geist in der Haus kann der durch die Dings gehen. Durch die Wände. Und hier draußen kommt er nicht hin. Hast du gesehen, wie der gekommen ist? Ähm, nein? Das ist ein Geist? Ja, er kann erscheinen. Was kommt? Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo, sein Mann kann Geist auch Kekse essen. Heiß ich nicht. Ich will mich rollen. Ich auch nicht. Okay, okay. Ach, scheiße, Mila war hier. Ich kann. Oh Gott. Oh, da. Warum macht ihr das? Sorry, Mila, ich wusste nicht, dass du hier bist. Mr. Mecha hat gesagt, der Geist ist gekommen. Oh Gott, ich weiß nicht, dass du hier bist. Oh Gott, ich weiß nicht, dass du hier bist. Der Weiler-Fortune. Voodoo? The Devil. Oh, The Joker oder so. The Moon. FIFA Pack Opening. Okay, das war's. War's das? Okay, gut. Ja, gut. Einfach, aber ganz einfach. Ja, dann müsst ihr zwei noch verrückt werden, ne? Oh nein. Ja, oui. Ich geh da nicht rein. Wie viel brauchen wir noch? Weiß ich nicht. Ach, du hattest ja ein paar Mal drinnen. Dann muss ich da auch noch verrückt. Ja, ich bin am niedrigsten. Nee, gar nicht. Nee, ich. Oh, scheiße, ich muss wieder rein. Ihr müsst alle rein, oder ich? Oh Mann. Rein mit euch. Das ist meine Browser-History, Luis, wenn ich sterbe. Müssen wir nicht einfach im dunklen Raum stehen? Ja. Ich hab das Radio ausgemacht, damit sich die Nachbarn nicht beschweren. Okay. Wir müssen doch einfach im dunklen Raum nur stehen. Ja, aber wir müssen auch noch ein Geisterereignis sehen. Ich hab keine Kamera dabei. Dann lass es zum Kreuz gehen, hier. So eine Kamera. Nee. Die Tür angeschlossen. Chat, wie geht's euch? Wie geht's? Wie steht? Wir brauchen auch noch ein Geister-Event. Oh, das Call abgeschlossen. Halt's Maul, Luis. Halt's Maul. Wir haben alles. Wir haben alles. Der durchschnittliche Wert ist unten. Ja. Ja, ihr könnt jetzt rauskommen. Kommt raus, ja? Du und ich. We did it on purpose. Ja, ihr habt ein Scheißdreck gemacht. Ein Scheißdreck. Das war nur Curtis und ich. Genau. Ich hab gerade ein Kreuz geleckt. Klar, ihr Schweine. Ja. Südschweine. Ja, und ihr, Jan, das hat sich nicht mal getraut, mit Roulette zu spielen. Jemand hat ins Glas gepisst. Jetzt haben wir schon drei. Das ist voll blockig. Wir können ja morgen. Wir können ja morgen. Wir können ja morgen. Morgen. Boah, so vitaler. Wir können ja morgen Mittag oder so die Reste noch machen. Und dann gehen wir in die Pommes. Ja, ja. Ja. Ach, in der Pommes läuft doch eh nicht. Doch. Ich bin jetzt raus hier. Okay. Ihr seid böse, ihr seid gemein. Sag mir, wie macht das Schwein? Wie macht das Schwein? Wie macht das Schwein? Alle schon raus. Ihr müsst alle machen wie das Schwein. Oink, oink. Oink, oink. Ich habe gerade ein Probel hochgezogen. Oink, oink. Der Chat pennt eh. Alle am Pen. Keiner schreibt weiter. Alle voll die Bots. Ihr seid solche Bots. Buddy, bud, bud, bud. Ich mute den. Chat. Tut mir unfassbar leid, dass wir heute so einen Resident Sleeper gemacht haben. Ach so. Stimmt, wollt ihr noch Tschüss sagen? Tschüss, Chat. Tschüss. Tschüss. Ja, check Mila's Stream aus. Check Lena's Stream aus. Weißt du, ob du das ausstreamst manchmal? Nee, stream nicht. Ich liebe Lena. Ich liebe Mila. Morgen geben wir eine Pommes. Morgen wird wahrscheinlich mehr am Start sein. Ich liebe dich so. Ich hoffe trotzdem, dass ihr irgendwie ein bisschen unterhalten wurdet, ja? Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Lasst euch nicht anquatschen. Bleibt alle gesund. Also morgen wieder geistert. Nö, RP, RP, RP. Auch wenn ich im Kreis stehe, Alter. Lasst euch nicht anquatschen. Bleibt gesund. Vielen lieben Dank für dabei sein. Warte, ich guck mal eben. Ach, ihr werdet euren Weg eh finden. Pinsel ist bestimmt nur da. Hoppy ist bestimmt nur da. Alle anderen sind bestimmt auch nur da. Gute Nacht. Bye-bye. Buss, kuss. Buss, kuss. Buss, kuss. empelionärätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätäolisя änt. Vielen Dank.